Eins, zwei, drei! Jesse und Brian, ich freue mich riesig für euch und ich wünsche euch echt alles Glück der Welt. Oder wie wir hier in Franken sagen, passt schon. Und für die Amerikaner, das ist die südste Frage hier in Vrakonia. Es ist Posture. Ich bin ein bisschen Spoon, da, ich bin ein bisschen Spoon. Ich bin ein bisschen Spoon. Es beginnt schon. Es beginnt schon. Oh, mein Gott! Oh, ist das hier drin? Oh, was bin weg? Er ist hier drin? Die beste Sache für ein Mann ist, dass es Humor, Humor, Humor. Und dann, wenn es das nicht hilft, musst du immer eine Bottle bei dir sein. Und dann, wenn es das nicht hilft, es heilt die göttliche Kraft. Geheimnis ist nicht zu beendet in too lightly. Aber mit starken Respekt für die Worte, die für die Gott wurde. Ich bitte Sie, Brian, ob Sie Jessica an Ihre Frau nehmen? Will Sie sie lieben? Will Sie sie? 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 Jessica, ich frage Sie. Will Sie Brian take you to your husband? Will you love him, cherish him, honor and protect him? Share with him in joy and sorrow and be faithful to him, as long as you both shall live. Ich will. Will Sie alles be Ich möchte Brian und Jessica begrüßen auf eine schöne Wettbewerbe heute. Wir haben eine gute Zeit und eine wunderbare Reise in Deutschland. Und ich möchte Brian und Jessica wünschen den besten Wettbewerb für die Zukunft. So, cheers für alle! Danke! Sie als ein Paar sind wie dieses Single. Also, wenn es nicht richtig ist, dann funktioniert das ganze Single. Und das ist ein Symbol für Gott. Wir können ihn nicht sehen, meistens. Wir fühlen ihn nicht, meistens. Aber er ist da. Und wegen ihm sollte das funktionieren. Und wegen, erschütze und bewahre euch. Solange ihr lebt, geht hin in Frieden des Herrn. Amen. Now Brian, you make this with Brian. Let's go! We are so good! Bo-bo-bo-bo-bo-bo-bo! Das war's. Ich bin jetzt wieder gelaufen! Ich bin jetzt am Rennen! Ich bin jetzt hier! Danke, danke schön! Ich bin jetzt direkt. Woh! Das ist so richtig! Ja! Ja! Das war's. Das war's. Das war's.